hallo zusammen und willkommen zurück hier die nachbarsbauern sind wieder am start ja ich bin nach wie vor hier bei meinem großen auftrag und ansonsten ja der andy tourt auch irgendwo hier rum und ich sehe gerade ich muss meine webcam wieder noch an machen das mache ich mal in der zwischenzeit kann der andy euch ein bisschen unterhalten ja hallo ich bin nicht mehr da ich bin schon weg ich bin mit meinem ansehen fertig ich bin jetzt hier ein bisschen saatgut im dünger zu meinem ruf und dann stelle ich dir die sähmaschine wieder über sehr gut und ich bin jetzt auch wieder zu sehen das ist mich jetzt weiß ich auch so mensch ist was der gacki gerade gemacht hat der saulump der hat mir gar zweieinhalb tausend punkte abgeluchst das ist vielleicht ein bisschen feucht von dem gewesen oder das machst du doch in deinem stream die ganze zeit auf deinem account mit mit ja ich habe ich habe vorhin keine ahnung 67 spiele hintereinander gewonnen weil ich halt einfach unschlagbar und dann kannst du hier mit einer monster mit einem all in hier und hast mich ja einfach weggebreizelt ja verschiedene die hier kreuz und quer auf dem hof stehen das ist ja da geht du musst aufräumen das geht so nicht dass aufgeräumt wird am abend immer ich bin schon bei 60 prozent der mission es geht voran es geht voran es geht voran ja genau ich kann es da hast du richtig erkannte chris und sie ja vorher hat er ja schon vier spiele verloren wird das nur aber dazu sagen aber die die bilanz ist trotzdem gut da muss ich gleich mit meiner sehmaschine los ich muss bald ich muss erst mal walzen glaube ich oder tust du jetzt erst mal walzen ja ich wollte jetzt auch das walzen anfangen mähen tue ich erst morgen okay was ist mit einer wiese loskacki die hast du hast vergessen wasser drauf zu schütten oder was da los die die mag irgendwie nicht philip yo dann bis das nächste mal und kesulsi ja zwei zwangs zwangsweise müssen wir scs fahren und weil der kesulsi so frech war der kleine lump immer jetzt den ab was die gab was beim kacki im chat schreiben tut mir leid für die kurze pause was war was war was diebung schiebung eindeutig schiebung hier es ist doch korrupt hier das eine färschheit eine färschheit also ich bin ich bin empört kacki wie warum konntest du das also kacki wieso hast du da den kesulsi jetzt unterstützt ich habe gar nichts gemacht gar ja 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 das ist das das hört man schon an einem tonfall da ich habe gar nichts gemacht da muss bis der stream elements fragen die sind da schuld ja ja das ist schiebung eindeutig schiebung hier so dann schmeißen wir mal die kiste da so hin okay ne 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 nicht wieder zusammen klappen lass mal gut sein so dann mal runter mit dem beulen auf den kurs da auf aber das geht so nicht okay und los die luci das schaffen wir heute schaffen wir das das können wir in der folge sogar schaffen also ich finde es ich finde es schon sehr unverständlich was der kacki da gemacht hat 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 er mich einfach meine punkte hier gebracht mal gucken ich will diese mission heute hier in dieser folge abschließen was heißt hier ich kann ja nicht verlieren ich kann sehr wohl verlieren aber nicht gegen gesult sie das ist halt es geht halt einfach nicht ist halt einfach das ist es ist technisch einfach nicht möglich so ein ding ist es nämlich hashtag abgehoben wollte ich dann noch mal dazu sagen team gacki ja ja das ist ja ja kesu ich merke mal das dienstag da gibt es dann wieder was zu lachen da schicke ich dann den kesu in die wand ein muss ich mal überlegen ob ich da stream oder euch zugucke ich habe seit dem letzten mal dass der docker ist ja nicht ein einziges mal die spiele geöffnet das ist halt einfach schlecht ich sollte einfach viel öfter fahren im moment bin ich relativ viel auf dem hardcore projektserver hier stundenlang silage wälzen und ja wenn der anfang mal geschafft ist dann wird es leichter ja da kann ich mich auf meine kernaufgabe konzentrieren unermüdlich säen und ernten genau und am montag kriegen wir ja unterstützung ja das glitzerpummelchen ist mit dabei dann wird das noch besser auf jeden fall ich sollte mal angewöhnen eine zeitung mit den schleppern zu nehmen wenn ich weiß sind die nicht so viel hier nicht so spannend hier ja und vielleicht sollte ich mein vorgewände fahren ich glaube das ist eine gute idee reicht das vorgewände aus der kabine raus das kann ja nur schief gehen aber wir machen es trotzdem ja ich komme auch so langsam richtung ende der mission okay ich glaube wir machen es doch anders da so ja 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 kacki was machst du wenn deine wiese überhaupt nicht mehr wächst umflügen mal wieder es war auch ein lustiger pack den habe ich ja noch nie gesehen ich auch nicht aber ich habe noch noch ein pack gefunden was denn mein rostelmash wird nicht weiß vom kalk der behaupte die sämaschine ist schon schön weiß und der rostelmash sieht aus als wenn er frisch aus der werkstatt kommt warum nicht nur kann man machen das hat hat zwar den normalen dreck so ein bisschen aber kein kein kalk weiß jetzt nicht ob das abend es kann nicht an missionsfahrzeug liegen weil die sämaschine auch ein missionsfahrzeug ist bild absolut wild was hier passiert da sind wir wieder bei giants und so ne sind aber original maschinen ne das sind original maschinen ja mir fällt nach steinhalben stunden stream auf dass wir was neues hier mit auf dem server haben ja was denn komische kleine traktoren komische kleine traktoren ich glaube du hast ein video dazu gemacht oder ich habe ein schönes vorstellungsvideo und einer von denen fährt auch in meinem usa projekt und der teuerste ok gacki verzeihst du mir wenn ich sage dass ich mir das vorstellungsvideo nicht angeguckt habe sowas aber auch aber du kannst mich ja jetzt aufklären was sind denn das für maschinen die sind vom hersteller antonio irgendwie antonio carraro das sind so ich sage mal diese weinbau und oliven fahrzeuge ok so umgangssprachlich schmalspurtraktoren wahlspurtaktoren also eigentlich jetzt eher fix für uns hier eigentlich wollte ich ja oliven anbauen eigentlich ja dann brauchst du den irgendwann so was statt einem fendt 200 kannst du dann auch sowas nehmen und da ist hoftaktor und so taugt das auch was haben die ein bisschen power die dinge also wie gesagt ich nutze auf meinem usa projekt den super tiger mit 35 ps das ist der kleinste von allen der ist eigentlich ganz witzig da fahr ich paletten mit durch die gegend ja ich musste eben kurz ich wäre weiter auf die straße rausgedonnert also um ein paar paletten hin und her zu fahren reicht es ups da steht ein baum aber sonst wie gesagt sie sind eben wirklich eben für den wein und olivenbau gedacht mit den mulchern und spritzen für die jetzt komme ich da nicht vorbei es wäre halt schön wenn der ein oder andere ein frontlader hätte dann wäre er noch idealer als hoftaktor finde ich aber soviel denken wir für einen kleinen anhänger oder so zu ziehen würde es auch noch reichen aber da habe ich ja jetzt hier eben den fendt gt der ist da glaube ich besser geeignet für die wild aussieht ja also wie gesagt vor allem eben die die ganz hinten der mit den vier raketten was na klar ganz stylisch ist ist dieser tgf 10900 den hatte ich mir gerade angeguckt ja der sieht ja echt wild aus ja bin steht ja wie gesagt ich habe eben den den ersten vorne für 7000 den habe ich bei mir auf dem usa projekt ja war es macht das mal spanien schön auf jeden fall der witz ist wieder so klein wie er ist das ist ein knicklenker sogar okay da kommst du wirklich als 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 fahrer sitzt du da ganz lässig mit einer hand am lenkrad nur die andere so schön aufgestützt es sieht witzig aus also finde ich irgendwie nice gemacht auf jeden fall auch wenn eben viele sagen sie sind enttäuscht von dem ersten dlc ja bin ich auch ganz ehrlich ich meine nichts gegen die maschinen aber das als dlc auszubringen weiß ich nicht ja das das habe ich oft gehört und auch gelesen ist auch meine meinung also ich habe auch was anderes erhofft aber scheint sagt ja die 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 nächsten dlcs werden uns vom rocker hauen ja so wie dieses dlc ja so ich meine viele haben sich ja dann diesen seasons passen zu gekauft wurde halt die ersten drei dlcs dabei hast halt nur und der war ja doch relativ teuer und dann kriegst du so ein dlc als erstes hingeworfen das ist schon weiß nicht das stimmt das stimmt und und wenn das gerade für den oliven und wein anbau charaktoren sind die die gut sind dann gehört es meiner meinung nach ins grundspiel mit rein weil da hat man ja echt sehr wenig auswahl gehabt also aber das ist ja mittlerweile ich meine da kann man scheint glaube ich keinen der großen vorwurf machen weil das machen ja viele spiele hersteller mittlerweile dass es solche seasons pass zur verfügung stellen und dann hast du da gibt es mal 50 prozent content ist wie geil und da ist es wie naja okay er ist da so ungefähr ich bin auch in den kommentaren gefragt worden wenn ich es nicht bekommen hätte ob ich mir das dann gekauft hätte habe ich gesagt also ich hätte vermutlich dann auch wenn ich es nicht als kleines partner bekommen hätte 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 ich den seasons pass dann wäre es egal aber wenn ich mir die einzelnen kaufen gemusst hätte hätte ich mir das definitiv nicht geholt genauso wie es im 19er dieses john deere cotton pack da als als baumwollernter gab es dann so viele gute mods im grunde die das auch alles gemacht haben was der konnte oder das pack konnte also ja ne 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 93 ja drei minuten das wird eng das wird eng aber wir schaffen das go gacki go gacki ich glaube ich habe ein follower verloren aber jetzt schade war bestimmte kiesu auch da habe ich ja wieder diese woche ein auf und ab bei youtube gehabt ja die ganze woche dachte ich jeden tag irgendwie ein zwei neue abos dazu also ich bin von 1330 auf fast 1000 als 13 39 hoch dann plötzlich wieder auf 13 32 runter dachte oder haben sie aufgeräumt und heute sind es wieder 13 37 ok also wirklich ein youtube hoch runter hoch runter ganz merkwürdig der stagniert bei mir total ich dachte oh was ist denn jetzt los diese woche dass es eben ständig nach oben ging als dann das wieder weg war dachte ja gut dann waren das irgendwelche bots die youtube wieder aussortiert hat aber heute sind plötzlich fast wieder alle da gewesen also irgendwie naja dieses wurde ganz gut genau so na wo sind wir 97 dann gibt es gehölt aber ich habe so die befürchtung dass ich mir zur pissen der erntesaison noch nicht mein tascher kaufen kann was kostet ja noch mal oh ja sehr viel ja herzlichen glühstumpf wir müssen jetzt aber einmal zum hof zurückfahren und das saatgut rausschmeißen ja da musst du jetzt aber bei allen mit den 27 km h das muss ja nicht unbedingt in die folge rein aber wichtig ist dass wir die mission abgeschlossen haben geld gibt es dann auch off screen stream oder auch in der nächsten folge können auch in der nächsten folge machen so guck mal das vorne ist unser feld das ist frisch angesehen das können wir gleich mal mit unseren breitreifen blatt walzen jetzt kommt hier schon wieder dieser ganze autoverkehr hallo ich weiß einfach hier durch aber dann würde ich sagen werde ich es hier zum feld zum hof schleiche feierabend für youtube für diese folge morgen zwölf uhr geht es da weiter ansonsten, na klar jeden Freitag im Livestream Kommentare Abos, Follower Subs immer gerne gesehen wie gesagt, schaut gerne auch mal Freitags im Livestream vorbei ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis morgen Tschüss, ach guck mal da fährt sogar der Gacki vorbei, tschüss Gacki da ist der Andi, tschüss Bis zum nächsten Mal